So, moin Leute, jetzt geht's weiter Wo waren wir stehen geblieben? Ah, ok Ja, das erste fruchtbare Gebiet haben wir geschafft Müssen wir diese Lichtkeime hier sammeln Kein Problem Ja, alles klar Ja, und ja, sind schon ganz schön viele Ich glaube, ich muss die einsammeln Ja Was ist denn? Ah, ich muss eh zurück, alles klar Langsam hab ich's raus Wo will er hin? Nochmal Keine Ahnung Loll Loll Danke Okay Ich geh jetzt einfach mal runter So Wo muss ich jetzt her? Ich geh mal hier Ich geh mal hier Jo, hier Jo, hier Ah, muss ich nur lernen, ey So, ich geh mal hier 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 voll fähig korrekt ja geht doch da oben ist ja noch einer ich will da nicht hin Ich sehe sie! Moin, Kollege! Seid ihr schwerverlust? Danke! Hätt mich hier fast getötet hier! Deiner Freund! Gnade! Ey! Das für ein Scheiß hier! Fuju-Stil. Fuju-Stil. die die Stürmer Köln das Problem ist wir wollten eigentlich gar nicht hier hin ich hoffe mal kann man wieder zurück dass die Keime hier einsammeln muss so kann man nein ok ok so schau ich das wohl darüber da ja 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 Loll! Loll! Ach, Akrobat! So! Puh! Wo geht's jetzt entlang? Ich glaub wir gehen einfach mal Just for fun zurück! Mh, Wie komm ich dahin? A Vorsicht! Dump! 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 Jo, ich glaub ich schalke nochmal hier hoch Ja, auf jeden Fall jetzt mal hier ist zeitraubend hier diese Keimejagd nur ich glaube wir müssen das hier machen nein nur das Schöne ist man stirbt hier nicht also kann man hat man hier tausend Versuche ich glaube ich muss hier ja auch so 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 runterfallen runterfallen lassen war nicht zu geplant Jürgen Mann ja klar will ich wieder wo ist er da hoch ist das denn mal Peter Peter nicht so fest zupacken nicht so fest zupacken wo hin denn jetzt ist vielen Keimejagd na leute wir machen mal ganz kurz ne Pause machen gleich weiter so 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 so